Das ist glaube ich am Röntgen gewesen. Also das Rad ist doch auf dem Boden die ganze Zeit, oder? Ja, 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 war gut. Hey! Darf ich mit Ihnen ein Foto machen? Ähm, ja. Markus ist trotzdem kein Zauberer, aber an der Kiste zerlegt euch trotzdem. k Redditmix im Grunde k Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! 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 Ich sehe zwei Chicks hinter uns, ey wo ist die Pistole? Ich wollte nur sagen, ich bin Modusblenden, man sieht bei weißen Klamotten schnell die Unterwäsche durch. Einmal ein Foto. Lucy, wenn du es liebst, wenn du es liebst. Wenn du es liebst, ich sehe dich. Das ist ein Lagerman. Das ist ein Lagerman. Ich wollte keine Adventure Tour fahren. Überall Viecher. Kurze Pause. Ich habe mich verbrannt gerade. Hier ist ein See, aber hier ist es falsch. Was hast du denn in der Schule gehabt? Die Geografie. Wir fahren seit einer Minute. Und Collins Tank ist leer. Der schiebt jetzt seine Karre. Da kommt er. Digga! Enric, dein Ständer. Enric, dein Ständer! Enric, dein Ständer! Da schreiten hier so. Da kracht sie wieder am See nach. Ja! Hallo? Ja! Ja! Ich auch. Bist du das die ganze... Hahahaha! 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 Du trinkst aber schön, Enric! Hahahaha! 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 Oh, die überholen Digga! Hoffentlich ziehen die uns nicht raus! Hahahaha! Mein Puls ist hier wieder auf 180! Okay, nice! Ach, halt! Paul! Markus wurde gefragt, was ist denn, wenn ich du wäre, hast du Bock? Und Markus so, Aaaaah! Keine Zeit! Ich muss mal hier im Garten irgendwas machen! Ich will nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich halte das alles nicht mehr aus! Wir fahren heute zur KTM und entdrosseln endlich die 6,90! Hahahaha! Ich frage mich, wie der 12,90 abgehen muss, ey! Wenn die 6,90 schon so schiebt! Für alle, die es noch nicht wissen, ich hab mir eine 12,90 gekurvt als 2-Head-Bike! Vor aller, die es noch nicht mehr! ��들 und ist erst dann besser gepackt! gagnat den road dov zu легben, akkorver pone den Planet abdüreeh! Untertitelung des ZDF, 2020